Wir leben ohne Zweifel in einem wunderschönen Land. Allerdings, wenn sich fleißig arbeitende Menschen das Leben hier nicht mehr leisten können. Wenn Rentner, die dieses Land aufgebaut haben, nicht mehr über die Runden kommen. Wenn gut 1000 gut ausgebildete Südtiroler ehrlich das Land verlassen. Wenn Wohnungen so teuer sind, dass sie bald nur mehr von Spekulanten und ausländischen Investoren gekauft werden. Und wenn man in unserem Land nicht mehr sicher ist. Dann stimmt in diesem Land einiges nicht mehr. Mit Hochglanzbroschüren und Wahlversprechen wird die Regierungspartei uns in den nächsten Wochen versuchen einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Aber lassen wir uns nicht beirren. Wir brauchen dringend eine Kurskorrektur. Denn wir Südtiroler dürfen im eigenen Land nicht länger die Dummen sein.